Hallo, herzlich willkommen bei Annika Tanz. Schön, dass du da bist. Für heute habe ich ein Warm-up vorbereitet, das ich auf die Musik von zwei Songs gesetzt habe. Wenn du diesen Flow schon einmal gemacht hast und keine Erklärung mehr möchtest, dann spring einfach direkt in den zweiten Teil des Videos. Dort gibt es nur Musik, ohne dass ich mitspreche. Wenn du bereit bist, dann let's go! Lass den Kopf langsam nach unten sinken und wir kreisen viermal den Kopf. Wir beginnen nach links, einmal komplett herum. Und kreisen dann in die andere Richtung. Mach den Kreis so groß, wie es für deinen Nacken angenehm ist. Kreisen noch einmal nach links. Und noch einmal nach rechts. Richte dich langsam auf, kreise die Schultern einmal zurück. Kreise die Oberarme zurück. Und kreise die langen Arme zurück. Richte dich dann auf, zieh die Schultern nach oben. Lass die Arme wieder sinken und kreise von hinten nach vorn. Mit den Oberarmen. Mit dem gestreckten Arm. Und zieh die Schultern nach oben. Dann nimm den linken Arm, lass ihn weit nach rechts ziehen. Mach die Seite lang. Wechsel die Richtung, rechter Arm nach links. Lass den Arm wieder sinken und kreise den Oberkörper viermal in die eine Richtung. Lass die Schultern auf einer Linie. Kippe nicht von einer Seite zur anderen und wechsel die Richtung. Wir gehen weiter mit zwei Runden, kehrt Kau im Stehen. Schließ die Beine, runde den Rücken, tauch nach unten, Blick nach vorne, lass den Bauch sinken. Runde den Rücken. Und noch einmal atme ein, Blick nach vorne und atme aus, roll wieder nach oben. Dann löse dein linkes Bein und beginne deinen Oberschenkel im Hüftgelenk hin und her kreisen zu lassen. Wenn du das Bein unten lässt am Boden oder abhebst, das ist dir überlassen. Und wechsel die Seite. Lass den Oberschenkel möglichst locker kreisen im Hüftgelenk. Wärme die Hüfte damit auf. Setz den Fuß dann wieder ab. Und beginne deine Hüfte in Achterbewegungen von Seite zu Seite zu hüllen. Zwei komplette Kreise mit der Hüfte. Und wir beginnen in die andere Richtung. Achterbewegung. Zwei komplette Kreise. Löse den linken Arm und kreise einmal komplett herum. Beginne nach rechts. Komm nach unten. Und der rechte Arm macht den Kreis fertig. Beginne mit dem rechten Arm. Kreise einmal komplett herum. Beuge die Beine unter den Rücken. Der linke Arm macht den Kreis fertig. Richte dich wieder auf. Komm wieder in der Mitte an und schwinge mit den Armen von Seite zu Seite. Beuge die Beine jedes Mal. Rolle durch den Fuß auf und ab. Schließ die Beine dann wieder. Bring die Arme nach oben und lass sie über die Seite fallen. Richte dich auf. Drück dich zweimal nach oben auf den Ballen. Und lass uns das noch dreimal wiederholen. Fallen lassen. Drück dich zweimal nach oben. Das ist die letzte Runde. Dann öffne deine Beine etwas weiter. Die Fußspitzen zeigen jetzt zur Seite. Bring die Arme zur Seite und wir beginnen mit dem gleichen Schwung wie eben. Die Arme fallen wieder über die Seite. Lass die Arme fallen. Bounce ins Plie und streck die Beine. Eine Wiederholung noch. Dann sinke nach unten und kreise deine Handgelenke ein paar Mal. Wir haben die Handgelenke auf. Jetzt drück dich mit deinen Händen an den Oberschenkeln ab. Lass erst die linke Schulter sinken. Die rechte. Drück dich dabei von den Oberschenkeln weg. Noch einmal die linke Seite. Und noch einmal die rechte. Dann dreh dich zur rechten Seite und komm in den Low Lunge. Dein linkes Knie ist auf den Boden. Bring die Arme nach oben Richtung Decke. Dein rechtes Knie ist über dem Fußgelenk. Schieb das Gewicht nach hinten. Komm in den Half Split. Streck dein rechtes Bein durch. Du möchtest, dann flexe den Fuß. Jetzt dreh deinen linken Unterschenkel um 90 Grad. Setz die linke Hand ab und lass die rechte Hand nach links ziehen. Greife mit der rechten Hand hinter dich. Fasse dein Fußgelenk. Zieh den Fuß zum Po heran. Und setz den Fuß wieder ab. Dreh deine Fußspitze aus. Und schieb das Gewicht zweimal nach rechts. Mobilisier die Hüftgelenke damit. Schließ dann das rechte Bein. Komm auf die Fußballen. Und roll zweimal durch die Füße nach vorne, nach hinten. Und streck die Beine dann langsam durch. Atme ein, richte dich halb auf. Atme aus, lass dich sinken. Und roll dann nach oben. Öffne die Beine. Wir drehen uns direkt nach links. Und sinken in den Low Lunge. Dein rechtes Knie ist am Boden. Richte die Arme nach oben auf. Setz die Hände wieder ab. Schieb dich nach hinten. Streck das linke Bein durch. Leg den Oberkörper lang über das Bein. Schiebe dich wieder nach vorne. Dreh den rechten Unterschenkel aus. Und lass den linken Arm weit nach rechts ziehen. Umfasse dann dein linkes Fußgelenk. Und dehne deinen Oberschenkel. Setz den Fuß wieder ab. Dreh den Fuß aus. Und wippe zweimal nach links. Schließ die Beine. Setz die Fußballen auf. Rolle durch die Füße zweimal auf und ab. Und streck die Beine dann durch. Atme ein. Richte dich halb auf. Atme aus. Lass dich sinken. Und rolle dann mit rundem Rücken nach oben. Bring die Arme nach oben. Lass die Arme nach vorne fallen. Runde den Rücken dabei. Komm einmal nach oben auf den Ballen. Wiederhol das dreimal. Fallen. Aufrichten. Aufrichten. Auf den Ballen. Knie über die Fußspitzen zeigen. Komm nach oben auf den Ballen. Und wippe einfach auf und ab. Bring die Arme langsam zur Seite. Und lass die Arme wieder sinken. Wir starten direkt in die zweite Runde ohne Erklärungen. Wenn du für heute am Ende angekommen bist, dann wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020